Moin moin heiße ich euch alle und willkommen zu FIFA Let's Play FIFA 15 So, heute geht es weiter am 11. Spieltag dieses Turniers Also, die Frage aller Fragen ist die jetzt Können wir nun die Tabellenführung erarbeiten? Real Madrid und Valencia sind ja doch relativ nah dran an der Tabelle Wie wir sehen können, im Endeffekt werden wir gewinnen und die Spielen unentschieden, sind wir dran vorbei Denn wir haben ein gutes Torverhältnis Juventus Turin auf Platz 8 Könnte also dementsprechend ein kleiner Stolperstein werden Ich hoffe mal nicht So, also Wie können wir gegen Juve am besten auftreten? Eigentlich mit der Aufstellung, in der wir ja jetzt letzte Folge auch schon vorbereitet und auch gespielt haben Warum nutzen wir die nicht heute auch, würde ich mal sagen Heute am besagten 25. Oktober, obwohl der gar nicht heute ist, aber okay Wir spielen klassisch im Auswärtsdress Juve im Heimdress Das Stress hat sich, glaube ich, die letzten Jahre nie geändert Im Juventus Stadium Die Spiele, die wichtig sind, ist Barcelona gegen Valencia Und Atletico Madrid gegen Real Madrid Also das Madrider Derby haben wir Und auch das Spiel zwischen Barcelona und Valencia Beide müssen mit Augenmerk großartig drauf gerichtet werden Wenn, 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 wenn Denn die beiden nicht gewinnen, sind vier Tabellenführer So Skill Challenge Ganz ehrlich, braunig Ist das Wurst So Also Heute an einem schönen Samstag Wo kein Smash Bros. kommt Für die Leute, die jetzt denken so Warum kommt kein Smash Bros. heute? Ne, ist heute nicht Heute ist nicht Heute ist Samstag Samstag, Sonntag nicht Also Elfter Spieltag Juventus Turin der Gegner Noch mal mal aufgeregt Sagen wir mal aufgeregt Geht das mal los Oder auch nicht Ist wieder das gleiche Wenn es wäre, wenn es hier irgendwie nicht losgeht Obwohl Jetzt, glaube ich, müsste es gleich losgehen Komm Sagt mir, dass ich losgehen kann Gut, dann machen wir jetzt dieses Spiel Bis es irgendwann losgehen kann Zack Und Zack Und Zack Und Zack Und Ja, jetzt komm Willkommen aus dem Stadion Turnier Heute Heißt die Begegnung Juventus Turin Gegen Chelsea London Für beide Teams ist es hier weiterhin eine Startortbestimmung Juve auf Platz 8 der Tabelle Hätten sich auch ein bisschen mehr erwartet Als der 8. Platz So, vielleicht Platz 5 oder so Aber 8 Naja, mit einem Sieg gegen Chelsea London Könnte Platz 5 rausspringen Für die Londoner heißt das weiterhin Platz 3 halten Oder sogar nach vorne hoch ausbauen Schiedsrichter kommt aus Argentinien Und wir schauen als erstes die Tabelle an Und da sehen wir Ja, Juve kann mit einem Sieg auf Platz 5 springen Chelsea mit einem Sieg auf Platz 1 Gegebenenfalls, wenn die anderen Mannschaften mitspielen Sozusagen verlieren Juventus Turin in der klassischen Taktik In der sie jetzt schon seit ein paar Jahren spielen Mit der 3-5-2 Taktik Die ja eher Nicht so unbedingt Auf defensive setzt Wie viele andere Teams Chelsea weiterhin mit der klassischen 4-5-1 Das heißt also heute Diego Costa gegen 3 Mann Und das Mittelfeld wird heute Folgepunkt mit 10 Spielern Gucken wir mal Ob das sich heute nicht da in dem Mittelfeld Ein bisschen überlagert Und somit Probleme machen könnte Also Juventus Turin heute In weiß und schwarz In den klassischen Heimdresses Die spielen ja seit einigen Jahren Schon hier im Juventus Stadium Das alte Stadion Ja Abrissgefährdet gewesen Zu viele Umbaukosten Deswegen gleich mal Neues Stadion Wobei das neue Stadion Ja eigentlich im Endeffekt Das alte ist So ist halt ein bisschen neu aufgebaut Das ist das alte, alte Was noch wirklich sehr alt ist Und Rente Ja, verliert den Ball Hat satt Auf Diego Costa Fabregas Guter Pass Drogba Guter Pass Willian Und Abstoß Also es geht genauso munter weiter Für Chelsea London Wie es im letzten Spiel aufgehört hat Gegen Lautsirom war das Und für Juve Da ist das weiterhin Konzentration Marquis Marquis Zu Vidal Lichtsteiner Verliert den Ball Der ja eigentlich bekannt ist Als Defensivmann Aber hier im Mittelfeld Eingesetzt wird Lautsirom führt Gegen die Whitecaps Mit 1 zu 0 Und Geht gut durch Die Bayern führen Die Bayern führen gegen Borca Juniors Das die auch mit Wieder sinnvoll ist Das da unentschieden steht Warum auch immer abseits Ich verstehe es nicht Also Ball kam vom eigenen Mann War nirgends abseits Ich habe nirgends abseits gesehen Noch keinen Schuss abgegeben In dieser Partie Lichtsteiner Lichtsteiner Drei Schüsse Konnte Konnte der Buffon Freistoß Aber jetzt nicht so abwehren Da ist er diesmal Nicht dabei Und der Schuss Doch weiter nehmen Da hättest du ein bisschen Konzentration gemacht Fürs 2-0 Rockbar Wieder auf Diego Costa Hier wieder Dreh- und Angelpunkt vorne ist Aber irgendwie nicht so ganz Aus seinem Dreh- und Angelpunkt Was macht 2 Minuten Nachspielzeit Wird angezeigt Ivanovic Fabregas Und hat satt Dazwischen gegangen Neues Aufbauspiel von Juve Geht aber nicht auf So steht es 1-0 Für die Gäste aus London Verdientermaßen ja Denn Juventus Turin Hat noch nicht so viel Aus ihren Chancen gemacht Okay sie hatten bislang eine Aber daraus haben sie Leider nicht viel gemacht Dagegen hat Chelsea Das Ding gemacht Das eine Tor Was zur aktuellen Führung gilt Dieses hier nämlich Das Foul Und die Großschance von Juve Ja das kann man so oder so Sehen würde ich mal sagen So auf den anderen Plätzen würde ich mal sagen Real Madrid liegt zurück gegen Atletico Madrid Und Barcelona führt gegen Valencia Das heißt wir sind Tabellenführer Wenn das so bleibt sind wir Tabellenführer Mit unserem 1-0 Die 2.45 Minuten gehen los Und jetzt heißt das Das 2-0 machen Oder den Ausgleich erzielen Und vielleicht noch das Spiel komplett drehen Juve hat noch nicht den Trip Da vorne gefunden Die haben noch nicht eine Lösung gefunden Durch die 4er Abwehrkette Der Londoner Andersrum Die sehr weit nach vorne ausrückt Jetzt vielleicht Diego Costa Diego Costa 2-0 Da hast du den Ausgleich nicht mehr Raus aus der Pause Drin ist er Was eben noch bemängelt worden ist Ja der sollte sich mehr konzentrieren Wahrscheinlich hat er sich in der Kabine noch mal Hat er noch mal mediziert oder so Und es klappt Ding ist drin 2-0 Eine reine Kopfsache Könnte man dazu sagen Und so sind vielleicht die Hoffnungen Von Juventus Turin Nun erloschen Die bräuchten jetzt schon mindestens Zwei Tore Um überhaupt einen Punkt zu holen Razzat Matic Und der Ball ist Rutsch Hockba Tevez Ja Versucht er irgendwie weit Am Flügel zu spielen Lautsir hat er 3-0 geschossen Gegen die Whitecaps Das wird er heute auch da Wahrscheinlich ein Schützenfest Und die Möglichkeit Und drin ist er Juve trifft Ein Tor fehlt noch Jurente trifft Schöner Kopfball Cortez Der dachte wahrscheinlich Der Ball geht da am Tor vorbei Denkste Da kann er nur noch Hinterher schauen Super getroffen Juve fehlt noch ein Tor Und sie haben noch 36 Minuten Zeit Der Hamburger SV führt gegen Borussia Dortmund Mit 2 zu 1 Was natürlich auch für Juve kein gutes Ergebnis Da hoffen die Da hoffen die ja eher auf die Borussen Borussen Philippe Luis Doch Drogba Abrikas Willian Er hat schon mal aus ähnlicher Situation getroffen heute Aber dort war dann Buffon an einer unglücklichen Position Matic auf Diego Costa Und da trifft er den Pfosten Fast das 3 zu 1 Wechsel Pogba raus Pirlo rein Eine Legende der Pirlo Der ist es auch vor Spiel von Juve Natürlich die müssen ja jetzt hier was machen Noch 26 Minuten sind offen Azat Auf Drogba Guter Pass Diego Costa Da setzt sich aber da nicht durch Aber holt sich den Ball schon direkt wieder nach dem Zweikampf Drogba 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 Und den trifft er nicht So Wechsel Und zwar Wir wechseln jetzt aus Äh Wem wechseln wir aus? Fabrikas oder Mathe Schwirr Bei wechseln Fabrikas aus Dafür Ramirez rein Und Drogba raus Salah rein Den hätte er machen können Klar Ah, aber Buffon mit einer Klassenparade. Nun wird Drogba sogar ausgewechselt. Da hat der Trainer wahrscheinlich das Tor erwartet, was Drogba nicht erzielt hat. Nico Costa wird gefoult, gibt Freistoß direkt vor den Augen des Schiedsrichters. Pirlo gelb. Das versteht er nicht, aber wir schauen uns das gerne nochmal an, ob es wirklich gelb war. Und es ist wirklich gelb. Er hat den Fuß nur weggezogen. Aber trotzdem, aus 20 Metern. Ja, Chelsea ist nicht bekannter für Freistoßtore zu erzielen. So auch hier. Knapp am Tor vorbei. Ja, die Turiner hier unterstützen. Sind noch 20 Minuten, um ein Tor zu erzielen, um einen Punkt zu stehlen. Diego Costa. Diego Costa, 3-1. War es das wieder mit dem Punkt stehlen? Wieder genau, ganz präzise geschossen. Und diesmal geht er nicht gegen den Pfosten, sondern dieses Mal ins Tor rein. 3-1. Und die Gäste natürlich wieder lautstark dabei. Die wissen ja die Annahmenbegegnung. Wir haben hier nur so zwischendurch mal einen kurzen Zwischenschnitt. Was uns hier mal zwischendurch mal eingeblendet wird. Zum Beispiel das. Laut Jerome führt 4-0 gegen die Whitecaps. Also, die machen die hier richtig fertig. Diego Costa. Ja. Passt nicht angekommen. Viertelstunde noch. Marquisio. Ja, guter Pass. Kann er jetzt auch weiter? Nein, kann er nicht. Und wir wechseln jetzt nochmal aus. Nämlich unseren dritten Wechsel. Und zwar, wir wechseln Matitsch aus. Und dafür tun wir Summa rein. Natürlich machen wir das wie immer. Warum auch nicht? Freistoß. Wechsel bei Juve. Der gefaulte. Und Torschütze raus. Dafür Morata rein. Der natürlich in so einer Schlussphase wichtig sein kann. Herr Wesss. Den kann Gottes souverän halten. Da hat er nicht groß Mühen gehabt. Summa. Auf Felipe Luis. Summa, ja. Der im Doppelpass spielt. Nächster Pass. Diego Costa. Und der steht im Abseits. War er wirklich im Abseits? Ja. Aber, ja. Unten. Hat er wahrscheinlich erwartet, dass unten noch irgendwie das Abseits aufgelöst worden ist. Aber denkste. Ja. Diego Costa wieder mit seiner klassischen, ich nehm dir den Ball direkt wieder ab Taktik. Das haben wir schon auch zum Beispiel gegen Amsterdam gesehen. Da hat kurz danach ist das Tor gefallen. Summa. Summa. Drin. Was eben noch gesagt. Kurz danach ist das Tor gefallen. Jetzt ist es schon wieder gefallen. Dieses Mal aber nicht von Diego Costa, sondern von eben eingewechselten Summa. Der trifft gegen den Pfosten und der Ball springt ins Tor. Das 4 zu 1. Das Ding ist gelaufen. Da kommt Buffon nie und nimmer ran. Er hat sich gestreckt, so lang wie es irgendwie geht. Aber selbst das hat nichts geholfen. Summa 4 zu 1. Und 1860 München führt gegen den AC Mailand kurz vor Schluss und kann somit den ersten Sieg überhaupt einheimsen. Noch neben Hertha und den Whitecaps ohne jeglichen Sieg. Das wäre eine Riesenüberraschung an diesem Spieltag. Dieses 4 zu 1, das kann man da irgendwie getrost irgendwo abhaken. Aber dass 1860 München gegen den AC Mailand führt, das darf man nicht abhaken. Das ist die Sensation des Spieltages. Schauen wir uns das Tor nochmal an von Summa. Trifft gegen den Pfosten so präzise, dass der Ball ins Tor springt. Zwei Minuten sind es noch. Das Ding ist gegessen. Und für Chelsea London heißt das nun hoffen, dass Barcelona gewinnt. Und Atletico auch. Oder wenigstens unentschieden. Denn somit wären die Londoner Tabellenführer. Diego Costa. Diego Costa mit dem Sololauf hier über das halbe Spielfeld. Diego Costa auf dem Weg zum 5 zu 1. Und so sieht es auch aus. So sieht es auch aus. Diego Costa halbes Spielfeld durchgelaufen. Und dann trifft er. 5 zu 1. Da ist Juve doch am Ende noch auseinandergenommen worden. Was sie eigentlich nicht verdient haben. Aber Diego Costa mit dem Hattrick. Allesamt in der zweiten Halbzeit erzielt. So musst du aus einer Kabine rauskommen. 5 zu 1. Und das war's. Chelsea London gewinnt 5 zu 1. Sehr hoch. Wenn sie da nicht irgendwie einen Höhenflug kriegen. Höhenflug. Gefahr auf jeden Fall. Da müssen wir die nächsten Begegnungen abwarten. Ob sich der Höhenflug zeigt. Oder ob Juve heute einfach nur zu schwach war. Aber die Höhe her viel zu hoch. 3 zu 1 wäre in Ordnung gewesen. Hier haben wir aber trotzdem 5 zu 1. Und gucken auf jeden Fall noch auf die anderen Begegnungen. Und das in der Nachberichterstattung. Ja, und so kann man auch gewinnen. Ja, 5 zu 1. Ich weiß nicht. Also das war irgendwie am Ende war da wirklich sehr hoch. Wie schon gesagt, 3 zu 1 hätte gereicht. Aber okay. Wir brauchen schön viele Tore. Damit wir ein schön hohes Torverhältnis haben. Damit wir gegebenenfalls, wenn jetzt beispielsweise Bayern München oder Valencia oder Real. Dann uns dann irgendwie später wegen dem Torverhältnis uns ärgert. Dann ist es natürlich ganz scheiße. Deswegen müssen wir auch so welche Spiele machen. Wie dieses hier. So, die italienischen Wochen hören nicht auf. Wir spielen dann als nächstes wieder gegen italienisches Team. Aber das Sumator Respekt, oder? Das ist Respekt. Gut. So, andere Begegnungen gucken wir gleich mal. Erstmal auf die Noten und sehen da eigentlich, dass wir doch gut dabei waren. Torvorlagen hat Salah eine gemacht. Dafür, dass er eingewechselt worden ist, hätte ich jetzt erwartet, dass er ein bisschen besser ist. Und wir gucken. 1860 München gewinnt. Respekt. 1860 München gewinnt. Atletico Real unentschieden. Und Barcelona Sieg gegen Valencia. Das heißt, wenn ich richtig rechnen kann, sind wir Tabellenführer. Wir haben die Tabelle zurückerobert. Hat ein bisschen gedauert, aber das ist dann eben so. Jawohl, da unten steht es auch. Wir sind Tabellenführer. Wir spielen als nächstes gegen den AS Rom. Und wir gucken als erstes mal die anderen Begegnungen an oder näher. Der Spieler des Monats ist in Yester geworden. Und es ist möglich. Vielleicht hat in Yester die drei Tore gegen Valencia geschossen. Und das ist möglich. Dann ist er natürlich Verdienstspieler des Monats geworden. Sonst eher nicht. Dann haben wir also hier unser Spiel und die Spiele. Ajax Amsterdam gegen Czachtia Donetsk. 1 zu 2. Amerika verliert gegen Al-Hakide mit 0,2. Dann Atletico Madrid gegen Real 1,1. Unentschieden. Boca Juniors verlieren gegen den FC Bayern München mit 1,2. Barcelona gewinnt gegen Valencia mit 3,1. Schalke gewinnt gegen Hertha 2,1. Hamburg und Dortmund trennt sich 2,2. Unentschieden. Inter Mailand gegen Paris 2,1. Wir gewinnen gegen Juventus Turin mit 1,5. Lautsiu gewinnt 4,0 gegen die Whitecaps. AC Mailand gegen 1860 München die Riesenüberraschung 0,1. Und der A ist rum, gegen den wir jetzt als nächstes Spiel gegen Olympique Mio 1,0. Und dann gucken wir auch natürlich selbstverständlich noch die Tabelle an. Und dort sehen wir ganz, ganz überraschend, was für mich persönlich echt überraschend ist, wir sind Tabellenführer. Es ist unglaublich. Mit dem Torverhältnis von plus 19 sind wir Tabellenführer. Unser Gegner ist Tabellenzehnter. Der Hamburger SV auf 9. Und ja, wie eben noch groß angekündigt. Jawohl, 1860 München hat seinen ersten Sieg. Und damit sind nur noch die Whitecaps und Hertha ohne jeglichen Sieg in dieser Saison. Gucken wir mal, wie lange das noch anhält. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Vielleicht gegen Ars Rum, vielleicht auch gegen jemand anders. Also, bis dahin, macht's gut, Leute.